Dann geht es weiter mit Dr. Slump, ebenfalls bei Karsen erschienen, in 18 Wänden abgeschlossen, das Erstlingswerk von Akira Toriyama, dem Dragon Ball Zeichner und wie aus Stichwort machen wir auch direkt mit Dragon Ball weiter, weil so rein zufällig das im Alphabet direkt als nächstes kommt. Auch bei Karsen erschienen alle 42 Bände, später nochmal neu aufgelegt mit neuen Covers und in kleinerem Format in Form von 21 Sammelbänden. Außerdem gab es vorübergehend eine Limited Edition, also beziehungsweise die Dragon Ball Gold Edition mit den ersten sieben Bänden in so einem luxuriösen goldenen Schuber und tatsächlich waren die sieben Bände auch alle komplett in Gold gehalten und hatten ein paar Farbseiten. Also es war echt schön aufgemacht. Wer die hat, kann sich wirklich glücklich schätzen. Habe ich auch eine Weile gebraucht, bis ich da noch günstig rangekommen bin, gebraucht. Und es sind zwei Artbooks erschienen, wobei man sagen muss, dass die beiden Artbooks relativ identisch sind, mit dem Unterschied, dass das eine Artbook eben nur Dragon Ball Artworks enthält und das andere eben auch seine anderen, zum Beispiel von Dr. Slump. Und ja, hat ja auch für Dragon Quest ein paar Charakter-Designs entworfen, etc. pp. Das Akira Toriyama World Special heißt das, glaube ich. Ja, also wie gesagt, komplett auf Deutsch erschienen und tatsächlich kommen da interessanterweise die ganzen Spin-Offs eigentlich jetzt erst, obwohl der Manga ja schon steinalt ist, ja. Also wie lange ist das her? Kam ja in den 80ern, glaube ich, raus. Boah, das muss ich gerade mal nachgucken. 1988 ging der Manga tatsächlich in Japan an den Start und ja, eigentlich kann man sagen, jetzt so zum 30-jährigen Jubiläum kommen eigentlich erst die ganzen Sequels und Spin-Off Mangas so nach und nach, ja, reingeplätschert, sage ich mal. Also den Anfang hat er hier Dragon Ball SD gemacht, was quasi die komplette Dragon Ball Serie, komplett in Farbe, mit süßen Chibi-Charakteren, nochmal neu nacherzählt, mit mehr Gags, mit mehr Anspielungen auf spätere Ereignisse und so weiter. Also auch mehr für Insider gedacht eigentlich, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Bock haben, alle 42 Bände nochmal zu lesen, um ihre Kenntnisse aufzufrischen. Und ja, Dragon Ball SD umfasst aktuell vier Bände in Deutschland. Nee, in Japan. Ich glaube, oder in Deutschland und in Japan. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall läuft die Serie noch. Dann haben wir, ja, nicht wirklich ein Spin-Off, aber ein Sequel, nämlich Dragon Ball Super. Ist auch noch nicht komplett erschienen. Aktuell sind sechs Bände in Japan. Bei uns ist, glaube ich, der dritte Band erschienen. Erst. Und dann haben wir noch Dragon Ball Side Stories Yamchu, ein Einzelband, der demnächst bei Carlsen erscheinen wird. Auf den freue ich mich schon ganz besonders. Und wenn alles glatt läuft, kriege ich dazu sogar ein gratis Review-Exemplar. Da freue ich mich schon sehr drauf. Denn allein die Story klingt schon so aberwitzig. Also sowas würde ich mir gerne mal auch als Sailor Moon Spin-Off wünschen. Irgendwie so eine originelle Idee oder dass es überhaupt mal so geiles Sailor Moon Spin-Off Mangas gäbe. Denn die Idee dahinter ist, dass ein Junge, der voll der Dragon Ball Fan ist, sich eines Tages in Yamchus Körper in der Dragon Ball Welt wiederfindet. Und eben den bevorstehenden Kampf gegen die Pflanzenmänner bestehen muss. Und er weiß halt, weil er Dragon Ball kennt aus dem FF, genau welches Schicksal seinem Charakter blüht. Und muss dann versuchen, das irgendwie abzuwenden. Also da freue ich mich schon total drauf und bin echt mal gespannt, wie das umgesetzt ist, diese Idee. Also da passiert in Japan ganz viel aktuell. Ist ja nach dem Dragon Ball Super Anime ja jetzt auch ein Kinofilm in den Startlöchern. Ja, dann geht es weiter mit, ich habe den Namen schon erwähnt, Etual. Einer für alle, alle für einen. Also wie der Name schon verrät, ein Manga über die vier Musketiere. Und das ist eine von diesen unglückseligen Serien, die nicht so gut liefen in Shonen Jump und deshalb nach gerade mal zwei Bänden abgebrochen wurden. Ja, und tatsächlich hat Carlsen Erbarmen gehabt mit dem Titel und ihn als Doppelband rausgebracht. Das heißt, man kann diesen einen Band in Deutschland kaufen, wo eben beide Bände zusammengefasst sind drinne. Weiter geht es mit einem Titel, der leider in Deutschland abgebrochen wurde. Wie so ziemlich jeder Manga, den Panini damals herausgebracht hat, als sie noch Planet Manga hießen. Oder hätten sich wahrscheinlich eher mal Planet, ich breche alle Mangas ab nennen sollen. Weil wirklich, wenn ihr mal guckt in die Historie von Panini in der Anfangszeit, die haben wirklich radikal jede Reihe abgebrochen. Und die hatten teilweise echt Gold in den Händen. Also ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt so ein Interview gehört mit dem Joachim Kapps, der ja ein großer Mann der Verlagsszene ist, der auch maßgeblich mitgearbeitet hat an Bansai, der deutschen Fassung von Shonen Jump. Und der hat gesagt, dass tatsächlich es viele Reihen gab, die sehr langsam oder sehr schleppend angelaufen sind. Also mit schlechten Verkaufszahlen, wie zum Beispiel One Piece, Dragon Ball und sogar Harry Potter. Man kann es kaum glauben. Aber die Verlage haben sich nicht beirren lassen, beziehungsweise Carlsen hat die kontinuierlich weiter rausgebracht. Und was danach passiert ist, das wisst ihr ja alle. Und genau sowas, denke ich, hätte bei Fist of the North da genauso passieren können, bei Panini. Ja, hätten die einfach mal weitergemacht. Es sind in Japan 27 Bände insgesamt. Und nicht nach dem achten Band schon die Flinte ins Korn geworfen. Wer weiß, ob der nicht auf lange Sicht dann doch noch ein großer Hit geworden wäre. Auch eher ein Manga, den man dem Seinen-Genre zuordnen würde, weil er doch sehr brutal ist. Hätte mit Sicherheit auch bald eine ältere Leserschaft sehr gut angesprochen und gefunden. Also kann ich mir gut vorstellen. Naja, aber vielleicht, Manga Kalt passt ja so in die Sparte. Jetzt, wo sie ja auch ganz neu auflegen, was ja auch so ein Titel war, den Panini nach dem fünften Band einfach abgebrochen hat. Und vielleicht wird es ja auch Fist of the North da nochmal irgendwann bei Manga Kalt geben. Also ich habe da auf jeden Fall so meine Hoffnungen und wäre dann auch sehr neugierig auf den Titel. Weiter geht es mit einem etwas ungewöhnlichen Manga, in dem es nämlich ums Kochen geht. Food Wars Shokugeki no Soma, der bei Karsen erscheint. Aktuell sind es 15 Bände in Deutschland. Die ersten 10 kann man jetzt auch in einem wunderschönen Shuba erwerben. Und in Japan ist da auch noch gar kein Ende in Sicht. Wobei es da jetzt schon 30 Bände sind. Also das Doppelte. Und trotzdem läuft die Serie immer noch sehr gut und sehr erfolgreich in Shonen Jump weiter. Dann, Jintama. Hier wurde tatsächlich vor kurzem bekannt gegeben, dass der Manga bald enden soll in Japan. Dort sind es nämlich schon 74 Bände, das muss man sich mal reinziehen. Also damit hat der Manga ja selbst Bleach getoppt mit der Länge. Also es ist schon beachtlich und ja, der Manga-Kar will das Ganze wohl bald zu einem Ende führen. Ist ja eher ein Comedy-Manga, den Anime kennt ihr bestimmt jetzt von Posi Maxx. Da läuft er jetzt schon seit einer Weile. In Deutschland verkauft sich der Manga nicht so gut. Deshalb bringt Tokio Pop da immer nur so sporadisch mal wieder einen neuen Band raus. Also es sind bei uns bisher 38 Bände erschienen von diesen 74. Aber man kann ja hoffen, dass durch den Anime jetzt da auch mal die Verkäufe ein bisschen geboostet werden. Und das dann vielleicht künftig auch mal ein bisschen schneller vorangeht. Ja, auf jeden Fall kann man oder konnte man die ersten 5 Bände auch hier eine gewisse Zeit lang in einem Starter-Kit mit hübschem Shuba erwerben. Und dann als nächstes ein Western-Manga. Gunblaze West ist in 3 Bänden abgeschlossen. Komplett bei EMA erschienen. Ihr merkt schon, das ist glaube ich das erste Mal in diesem Video, dass ich EMA erwähnt habe. Ne Quatsch, City Hunter hatte ja EMA auch schon. Aber den haben sie ja abgebrochen. Also EMA ist tatsächlich von den deutschen Verlagen, ist so mein Eindruck, der, der am seltensten Titel von Shonen Jump rausbringt. Jetzt mal von Panini abgesehen, die ja sowieso nicht so viele Mangas im Programm haben. Also das ist mir schon aufgefallen. Bei EMA ist das doch eine ziemliche Seltenheit, dass die mal was von Shonen Jump bringen. Dann als nächstes Haikyuu. Frisch gestartet bei Kaze, aktuell 7 Bände und in Japan ist da noch kein Ende in Sicht bei 32 Bänden aktuell. Ein Volleyball-Manga und ja, da wird man gespannt sein müssen, ob sich der gut verkäuft. Da ja Sport-Mangas in Deutschland generell nicht so gut laufen. Aber ich habe da so meine Hoffnungen, dass es vielleicht doch ganz gut läuft und wir vielleicht dann auch mal ein paar andere Sport-Mangas bekommen. Wie zum Beispiel Koro Kono Basket, was ja ebenfalls in Shonen Jump erscheint in Japan. Das wäre ja echt cool. Zumal der Anime auch ziemlich beliebt ist, obwohl er ja noch nicht in Deutschland erschienen ist. Ja, also soviel zu Haikyuu. Dann Hikaru no Go, einer von den Banzai-Titeln. Natürlich dementsprechend bei Carlsen erschienen, alle 23 Bände. Und ja, man kann sagen, auch hierzu ist ein halbes, ein Viertel Artbook erschienen. Weil in dem Artbook von Death Note sind ja auch Hikaru no Go Illustrationen drin. Hoshin Engi ist mal wieder ein Manga, der komplett bei EMA erschienen ist. Wo ich ja gesagt habe, dass die ja selten mal was von Shonen Jump herausgebracht haben. Aber von Hoshin Engi tatsächlich alle 23 Bände. Der Manga dürfte den deutschen Lesern aber eher bekannt sein unter dem Titel Soul Hunter. Also zumindest wurde dieser Titel dem Anime verpasst in Deutschland. Ja, und den Anime kann man ja mittlerweile auch komplett auf DVD kaufen. Da müsste ich auch unbedingt nochmal reinschauen. Also ich hatte damals den Manga angelesen, also die ersten zwei Kapitel, glaube ich. Und das hatte mich jetzt nicht so aus den Latschen gehauen. Weshalb der dann ziemlich schnell in meinem Schrank gelandet ist und dann dort seit jeher vor sich hin schimmelt. Weiter geht's mit Hunter x Hunter, wo es genau das Gegenteil war. Also kein Manga von Shonen Jump würde mich jemals so begeistern wie Hunter x Hunter. Wirklich der absolute Top-Titel. Bei Carlsen erschienen. Und da ist auch noch kein Ende in Sicht, Gott sei Dank. In Japan sind es aktuell 35 Bände, bei uns 34. Und ich hoffe wirklich sehr, dass der Anime, der jetzt gerade bei ProSiebenMax angelaufen ist, da auch die Verkaufszahlen, gerade der Neuauflage, die Carlsen ja jetzt rausbringt von den alten Bänden, mal richtig, richtig boostet, dass der Manga endlich die Anerkennung bekommt, die er hier in Deutschland definitiv verdient. Also kauft euch Hunter x Hunter. Es ist wirklich einer der genialsten schonenden Titel überhaupt aller Zeiten. Ein Meilenstein. Weiter geht's mit Ice. Ebenfalls bei Carlsen erschienen, weil er auch in Bansai angetestet, beziehungsweise da wurden so die ersten vier oder fünf Kapitel angeteasert. Auf jeden Fall könnt ihr alle 15 Bände in drei Schubern erwerben. Da hat sich Carlsen was sehr Schönes ausgedacht. Und es gibt sogar ein Artbook dazu, wobei das Artbook umfasst aber alle Titel von Masakazu Katsura. Also nicht nur Ice, sondern da sind auch Illustrationen drin von Video Girl Eye. und Shadow Lady und so weiter. Also das ist bunt gemischt. Das heißt 4C, das Artbook. Dann Kagami Gami, Meister der Geister. Erst vor kurzem bei Tokio Pop komplett in fünf Bänden erschienen. Was mir am Anfang jetzt auch ganz gut gefallen hat. Also der erste Band, den habe ich schon gelesen. Habe mir auch alle Bände gekauft, aber muss unbedingt den Rest demnächst mir mal zu Gemüte führen. Ich glaube, die Serie sollte auch ein bisschen länger werden. Und ist dann leider doch ein bisschen früher eingestellt worden. Dementsprechend bin ich da mal gespannt, wie es ausgeht. Auf jeden Fall stammt die Serie vom Psyron Zeichner. Und Psyron ist ja auch komplett in Deutschland erschienen. Aber dazu kommen wir später. Erstmal geht es weiter mit Kenshin. Der Samurai Manga, der komplett bei EMA erschienen ist in 28 Bänden. Und es gibt dann auch noch eine Ruroni Kenshin. Also Ruroni Kenshin ist der Originaltitel. Bei uns haben sie das Ruroni weggelassen. Ruroni Kenshin Cinema Edition. Also so ein Manga, der quasi an den 28. Band noch anknüpft. Aber ich weiß nicht. Da war noch nie so der Zeitpunkt, wo ich jetzt den haben musste unbedingt. Also da kann ich euch nicht viel zu sagen. Der Anime hat es ja auch nie nach Deutschland geschafft. Und gerade jetzt, wo dem Manga Kaya Pädophilie vorgeworfen wird, bzw. der Besitz von Kinderpornografie, finde ich da jetzt eh so ein bisschen abgeneigt, da mal reinzuschauen. Naja, weiter geht es mit Letter B. In 20 Bänden abgeschlossen bei Tokio Pop. Was auch einer von diesen Mangas ist, die eigentlich nicht wirklich in Weekly Shonen Jump veröffentlicht wurden, sondern in dem monatlichen Schwestermagazin. Aber zwischenzeitlich, als das wohl eingestellt wurde, oder es da irgendwelche Umstrukturierungen gab im Verlag, keine Ahnung, sind zumindest mal so ein paar Bonus-Kapitel im Weekly Shonen Jump erschienen. Dann Lilim Kiss. Der erste Manga von Mizuki Kawashita, also der Zeichnerin von 100% Strawberry, meinem absoluten Hassobjekt Number One. Aber da dieser Manga nur zwei Bände umfasst und komplett bei Tokio Pop erschienen ist, mal sehen. Vielleicht werde ich irgendwann mal eines Tages hineinschauen. Dann Love Trouble, ein urkomischer Manga vom Black-Hat-Zeichner, bei Tokio Pop komplett erschienen in 18 Bänden. Und es gibt sogar ein Sequel, was ebenfalls in 18 Bänden komplett bei Tokio Pop erschienen ist, unter dem Titel Love Trouble Darkness. Und Love Trouble gibt es ja, glaube ich, jetzt auch bei Amazon Prime, die Anime-Serie. Sogar mit deutscher Synchro. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Ich glaube, ich habe die ersten drei Folgen oder so geguckt und es gefiel mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Dann haben wir jetzt nächstes Magico. Umfasst acht Bände, beziehungsweise ist auch in acht Bänden abgeschlossen und komplett bei Kaze erschienen. Dann einer von den aktuellen Big Three. My Hero Academia. Bei Carlson sind bisher 13 Bände von insgesamt 20 erschienen. Also, was heißt insgesamt, die Serie läuft auch in Japan natürlich immer noch. Aber da sind aktuell eben 20 Bände erschienen zum Zeitpunkt dieses Videos. Und es gibt sogar ein Guidebook mit zwei verschiedenen Covers. Also es gibt so ein Variant-Cover. Auf dem eigentlichen Cover-Motiv sind eben die ganzen Helden abgebildet und auf dem Variant-Cover die ganzen Bösewichte. Und dieses Guidebook ist erschienen unter dem Titel My Hero Academia Ultra Archive. Des Weiteren, aufgrund des großen Erfolges, auch in Deutschland, geht da jetzt das Spin-Off Vigilante, My Hero Academia Illegals, an den Start, was in Japan aktuell vier Bände umfasst, aber auch da noch nicht abgeschlossen ist. Und ja, jeder Band erscheint nur in der Erstauflage mit Glow in the Dark-Cover-Motiv. Und jede ungerade Nummer, kann man sagen, also Band 1, 3 und so weiter, die haben dann immer auch noch ein zusätzliches Extra und erscheinen eingeschweißt in den Läden. Aber alles nur in der Erstauflage, weshalb tatsächlich die ersten drei Bände und vielleicht mittlerweile sogar noch mehr in dieser Erstauflage irrsinnig hohe Preise erzielen online. Also da bin ich wirklich highfroh, dass ich mir die direkt gesichert habe, als die rauskamen. Als ich gesehen habe, dass die nämlich nachgedruckt werden, bin ich sofort in den Kiosk gerannt, solange die da noch die Erstauflage stehen hatten. und habe mir gedacht, boah, wenn der in Deutschland so gut einschlägt, dann muss der Manga ja auch gut sein. Aber habe tatsächlich noch nicht reingelesen.